Wie verbindet man Extremsportarten wie Downhill-Mountainbiking, Skiabfahrt oder Wingsuit-Diving mit einer Open World? Die Antwort auf diese Frage gibt Ubisoft mit seiner riesigen Fun-Sport-Spielwiese Riders Republic. Wenn nicht nur mehr über das Spiel erfahren will, sondern auch diese fette PlayStation 5 im Riders Republic-Stil gewinnen will, sollte unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Im geistigen Vorgänger Steep wart ihr nur im Schnee unterwegs. Riders Republic lädt euch jedoch in abwechslungsreichere Gebiete ein. Die Welt besteht aus sieben Teilen bekannter US-Nationalparks. Dort kann sich euer Rider in fünf Disziplinen beweisen. Saust auf Skiern den Mammoth Mountain hinab oder erkundet mit dem Wingsuit das Yosemite Valley. Genauso brettert ihr auf dem Mountainbike durch die Sandstein-Canyons der Wall-Street-Formation. Neben normalen Skiern, Snowboards, Mountainbikes und Wingsuits erwarten euch auch verrückte Vehikel wie das Raketen-Bike. Jeder Fahr- und fliegbare Untersatz bietet euch ein eigenes Erlebnis. Mit den zahlreichen Bikes genießt ihr den Rausch der Geschwindigkeit. Dagegen kommt es bei Snowboards vor allem auf Kontrolle an. Ihr braucht ein Gefühl für die Bretter, um Tricks wie den Rodeo Whip oder den 720 zu schaffen. Mit dem Wingsuit seid ihr flott unterwegs, solltet aber keinen Baumwipfel streifen. Natürlich finden zahlreiche Events in der Welt statt. Unter anderem nehmt ihr an den X-Games oder der Red Bull Rampage teil. Ihr könnt bei klassischen Rennen bleiben oder euch in Skills-Challenges versuchen. Euer Fortschritt schaltet immer größere Events frei. Außerdem zieht ihr mit guten Leistungen bekannte Sponsoren an Land. Wollt ihr mit euren Freunden einen entspannten Ride haben, dann spielt die Massenstart-Rennen. Dort geht ihr mit bis zu 50 Spielern in verschiedenen Events auf die Piste. Crossplay wird dabei ebenfalls unterstützt. Für alle, die das Riders Republic Fieber schon gepackt hat, haben wir noch ein besonderes Extra. Gemeinsam mit Ubisoft verlosen wir diese besondere PlayStation 5. Eine Konsole, die es weltweit nur zweimal gibt. In mühevoller Handarbeit wurde die Sony-Konsole in ein Diorama eingearbeitet und mit dem Riders Republic-Helm versehen. Diesen Hingucker für jedes Wohnzimmer könnt ihr jetzt gewinnen. Dafür einfach den YouTube-Kanälen von Gameswelt und Ubisoft Deutschland folgen, diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar schreiben. Die kompletten Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Also worauf wartet ihr noch? Riders Republic ist ab sofort für PC, Playstation und Xbox erhältlich. Riders Republic ist ab sofort für PC. Untertitelung des ZDF für funk, 2017